ja hi und willkommen mein name ist an die welt und begrüße euch zurück zu let's play pokémon schwert die kohentundra ja in der letzten folge haben wir dieses geiger deiner max oder wie auch immer der name von dem teilnummer ist entschuldigung mal ausprobiert und ja jetzt müssen wir zurück zu diesem kleinen dorf gehen zusammen mit peony um diese komische expedition zu starten weil diese hier ist ja noch mal wieder die tochter von dem hier uns so aufgeizt hat und ja ich will erst mal gucken das erst mal ein bisschen weiter macht hier mit historien dann können wir ein bisschen fangen das mal interessant aus dem weg räumen obwohl die neue pokémon zu finden ist eigentlich auch interessant weil dieses deiner max test hat ignorieren wir jetzt erst mal so lange ich noch keine richtigen informationen so ab ich werde einfach ausgehen so ein paar sachen ausprobieren aber jetzt nicht jetzt will ich jetzt mal ja weitermachen sie haben was haben wir da ein gast wenn ihr gar nicht noch überhaupt gar keine leute dann mal herzlich willkommen im freestyle ich bin der bürgermeister dieses dorf ist es kommt selten vor das reißen wir sich unserer entlegenen ausschaft verlieren es wird auch hier mehr über den könig der reichen ernte zu erfahren nein wo ich bitte um verzeihung das gebe ich natürlich nichts an wie unnötig von mir ist nur so dass es kaum jemanden gibt der freestyle aus einem anderen grund besucht ein jahr meister schon die leute kommen deswegen von soweit herum am ende muss ich ihnen sagen dass es sich dabei nur um ein märchen handelt dass ich der wenigstens diese souvenir aus freestyle geben damit du dich mit leeren händen geben muss ich bin auch nicht deswegen gekommen und krankpullover sowie aus freestyle halten ist ein pullover mit einem aufdruck des königs der reichen ernte eine hatte sich nicht so gut verkauft wie erhofft daher haben wir einige exemplare übrig das abgewählte aussehen als königs berät auf wollten beschreibungen deshalb ist der kopf so ungewöhnlich groß und vielleicht macht das ja sogar wieder modern da wirst du möchtest wie er könig wirklich ausgehen hat solltest du einen blick auf die statuen zentrum der stadt werfen übrigens kannst du während eines aufenthalts hier in den schnee landes pokémon an der spitze eines teams aus seinen pokéball holen und mit ihnen spazieren gehen werden die bestimmten super mögen bei so einer verdammten kälte also dann ich wünsche dir noch einen schönen aufteil in unseren mädlerischen örtchen hey dann hier wo hier drüben ist der typ peinlich ich will nicht mit dem gesehen werden da bin ich genau so ein freak wie der auch dieser florsche da draußen okay wo kann ich mich noch mal umziehen ich habe mal diesen krankpullover gucken wieder aussehen doch sagen ja schon letztendlich suchen man sich noch mal umziehen kann ich nehme an hier drin ist da gibt es mir glaube ich schon irgendwie so eine klamotte irgendwann weiß noch man hat schon bilder und so davon gesehen glaube ich in den trailern ich glaube jetzt kriegen auch so eine klamotte wie gerne da bist du ja sollte wird unsere unterkunft seien für manchen mag sie etwas öde wirken aber wir sehen das in ein anderes sicht denn für uns ist sie unsere expeditionsbasis richtig einstellungen das a und o auf einen abenteuer weißt du ok gut genug zeitverkasselt dass ich dir erklären wohin das ziel des peonie expeditions trupps besteht kann ich dich von ihnen klingt einfach von der expeditions express wie sie gegen tranken sich verschiedene äußerst rätselhafte legenden zum beispiel die legende eines poko mit einem so groß geraten kopf dass die einheimischen den könig der reichen händen oder die legende von einem riesigen roten baum in dem sich fliegende länge näher pokémon tun sollen und dann gibt es auch noch die legende von den giganten mit punkten im gesicht die angeblich in einer art ruine oder sowas schon mal ich glaube ich weiß von was er redet das sind nur ein paar beispiele hier gibt es so viele legenden zu entdecken dass man gar nicht weiß wo man anfangen soll der peonie expeditions truppiert nicht ruhen bisher jeden einzelnen davon auf den grund gegangen ist ja wohl ja das richtig gehört es ist ein großartiges grandioses giganaises ziel wobei ich zugeben muss dass ich dieses ziel lieber zusammen mit meiner kleinen meter erreicht hätte vielleicht war das ja auch eine glückliche führung des des acht mal schon es kam was uns anwartet absolut legendäre abenteuer expeditionsleiter der nero expeditionsleiter da war sicher das darfst du passieren wenn wir beide einfach unsere expeditions bahn zu verlassen eine kleine wieder herkommen und verzweifeln nach ihrem papa suchen so wäre ich da niemand wäre da sie schon vor wie sie todtraurig und papa sehen allein da sitzt und nicht vermisst gerade gedanke allein bricht mir schon das jahr ist auf keinen fall zu lassen deswegen weil ich als ball das leite hier die stellung halten du hast die ehre unsere position zum erfolg zu führen ha 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 also ich so alle arbeit machen war hat natürlich brauchst du dafür auch die passende aussitzung hier das ist für dich so auch cool zeit mal da sitzt wie angegossen das perfekte auto für eine expeditionsleiter ich habe zu viel davon als wechsel für meine kleine wieder mitgebracht dass ich locker ein set an nicht abdrücken kann wenn ich mal umziehen einfach nur ausruhen willst sonst einfach das thema da der suche bei namen habe ich übrigens in einem mehreren farben dabei du kannst dir also eins ausdrücken dass sein geschmack trifft geil jetzt kommen wir auch schon zum wichtigsten hier nehmen wir jetzt legen wäre notiz 1 legendennotiz von pionier über die legenden des königs des reiches der ernte einhaltsfoto ist auch dabei ein freestyle wird das märchen vom künft der reichen ernte übergeliefert einem legendären pokémon dessen haupt eine imposante krone ziehen soll die hölzerne stadt wenn der dorfmitte scheint allerdings keine kohle zu tragen ja ich sehe schon die liegt bei uns hier auf den tisch gesandte notizen bettelte tief im bett des giganten liegt die ruinen in denen die steingiganten schlafen die tür ist fest verschlossen mit den folgenden rätselhafen und in schrift versehen da da stehe kenne ist gerät ist die von der stelle weg die ruine heißt ganz schön ist das erster der erste weibel lag und weiß ich mal der leilige doch gerade man muss ja wieder so rätsel machen so wie damals im links probieren uns auf vier am fernen drei weg passbar war fährt mittiger als rat sowohl zu viel mehr noch mehr hallo in die sonne im zenit steht scheint sie auf einen baumriesen mit glättern wie aus feuer in dessen gäst sich die gefühlten legenden ein finden also meinen legenden notizen die ich in mühseliger kleinarbeit durch stundenlange fernsehrecherche zusammengetragen hat jetzt wenn du zuallererst diesen könig der reichen ernte auf der spur gehen würde dass dieser könig und seinen ross scheinen ja wunderprächtig verstanden zu haben ja ich weiß schon was für einen namen ich diese explizion geben werde ist dieser bund der legendäre könig und sein treu ist ross mit dem fließe steht ein großstart vor ihm das sollte eine gute ausgangspunkt sein weil er da nicht so einen enorm großen kopf zu haben scheint wie in meinen notizen er ist auf dem tisch wie blöd bist du eigentlich bist du deine freie kleidung anziehen nein da kann ich ja sofort losgehen mir ist kalt hier hallo moment ich glaube ich hab dir genau das richtige für dich aber ich habe doch schon vier soweit ich weiß ist dieses teil das meiste werk schlechthin und im pokémon bleibt ihr überlassen da will ich mich nicht einmischen denn vor jahren mal von einem bekannten geschenk bekommen aber irgendwie war ich nie in der stimmung ihn auch zu benutzen denkt man dass wir jetzt in der ball ist vorbeischauen kann es mir nur raus damit du sie nicht verfehlen kannst habe ich extra eine schnieke selbstgemachte expeditions flacke von den eingang gestellt toll oder damit kann ich das große abenteuer auch schon beginnen viel spaß außen jetzt wir arbeiten er ist auch die krone auf von der statu expeditions weiter was sagst du zu meinen kisten kissen ja dann spielt man in lausche denn jetzt gibt es eine fette portion lebenserfahrung alles worauf du deinen haupt welt kannst ist ein kissen habe ich mein lieblingskissen zu hause vergessen das muss ich im dorf noch einen satz suchen und da hinter den herbergabe ich ihnen dann diese entdeckung gemacht kann ich jetzt haben wie bitte du willst dass ich dir mein echt neues kissen überlassen ich sage ja ungern eine bitte aber das ist ein bisschen viel verlangt was sagst du da längst sei was mit dem weg der punkt zu tun jetzt ist das ernst das sagt doch einfach nur in der gegend rum also wenn du er sich willst werde ich jetzt natürlich kooperieren na dann nimm es schon das muss wir legen denn auch wirklich auf den grund gehen hast du holzkrone er ist auch ein holz schnitzerei die aus der zeit etwas abgebrochen ja ganz offensichtlich weiß doch wieder klingen der pokémon aussieht aber das schnitzerei die aus der entdeckte kann zehn jahre eine andere farbe pflanze noch mein gott aber des tuchs ändern ja man könnte wenn ich einfach verdammte farbe sagen also wenn sie zwar nicht aber da viel besser nämlich noch mal gucken wie dann eine dinge aussieht ich habe bekommen ab und da kann ich auch noch was anziehen vor allem hier bekommt man schon irgendwie so ein hinweis wie die statue ausgesehen hat so offensichtlich wo ist mein champ oberteil das war natürlich ein und dann die entdecker jacke sah ich den helm auch aufziehen eigentlich egal ich werde schon so ein bisschen angleichen so ein bisschen sollte ja auch original aussehen ich bin auch irgendwie sowas in besser und schon kommt schon ja natürlich so ein bisschen eigen aussehen und man könnte wissen sie verhaben wir ändern so hat sich wieder wunderbärchen aus ich würde sagen der rest des bars fangen auf mann erstmal natürlich statue ja ich sage aber das beteiligt intros denn 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 da ist dieser baum ja dann packen wir mal auf was ganz andeutig die krone ist von dem teil jetzt kannst du die statue holzkrone aufsetzen möchte jetzt versuchen ja jetzt ganz eindeutig will will und habe dort konnte passt den pokamanschator wie angegossen ja guck mal man möchtest dass du den volks du willst mich doch nicht jetzt du willst doch bestimmt nicht zulassen ich dich direkt fangen kann oder der drei floß in seinen kopf ok jetzt auf guckmann scheint sich mit er messen zu wollen sich kampf frei machen ok corona zum glück meiner einen suchst aber anders fragezeichen freizeichen fragezeichen erscheint das stimmt noch nicht fangen konos war anspannung wird das ist eine dämliche fähigkeit level fragezeichen egelsamen auf gott natürlich sich okay diese keine wirkung hat so war es hat pflanzen dann schon voll die mächtigen musik jemand natürlich ist pflanze aber ich versuche trotzdem mal wieder was wie es definitiv pflanze okay gott deswegen hat auch egelsam ich muss manchmal steht da auch das hat nicht funktioniert das hat keine wirkung wenn er verfehlt hat oder so ne regt mich schon wieder muss man einige kämpfe überleben aber vielleicht war hat fee und pflanze ich hoffe jetzt meine ich natürlich nicht fangen konnte kochono nospa nospa bist du nospa ko nur noch spa konos nospa es geht ja das ist einfach ein krach nach dem wasser sexuell zu uns hat da hast du ein pokémon kampf ausgetragen das ist das für eine riesenbirne kronos nospa wird was wo hat ein rumpster körper wie ich es mir auch hatte bitte verzeiht dass ich ihn mir feine weile ausleihen muss spricht da das pokémon was die situation weiß verstanden ich habe nichts anderes von ihr erwartet mein name lautet kronos bar ihr menschen nennt mich auch den könig der reichen ernte ich glaube mir dir meinen aufrichtigsten dank auszusprechen ich bin dir äußerst verbunden dafür dass du meine statue in ihren rechtmäßigen zustand zurück versetzt hast lange lange zeit herrschte ich als könig über dieses land dies pflanzen gedeihen und sorgt dafür dass felder früchte trugen dafür verhält mich die menschen doch mit jedem jahr das sind das land so gerede ich offenbar mehr und mehr in vergessenheit eins packen sie mir jedes jahr opfer gaben da doch auch dieser brauch ist nun geschichte dabei war die ehre bietung der menschen steht die quelle meiner kraft meine einzige kräfte behaupten wurde ich obendrein von meinen treuen boss verlassen weil dann kamst du und hast meine statue wiederhergestellt nach dieser meint kräfte in maßen wiederkehrt dass sich mittels eines menschlichen körpers kommunizieren kann du barmherziger mensch ich habe eine bitte an dich ich muss herausfinden ob die menschen mich wirklich vergessen haben der kunde nicht bei den dorfbohren danach ob sie sich noch an mich erinnern ich habe ja schon selbst versucht aber leider ohne erfolg mit mich entweder für einen hochstapler oder namen panisch von mir aus aus der hilfe mir menschenkind du könntest auch einfach vorlegen erscheinen und nachdem ich die stadt kürze reichen ernte krone aufgesetzt hat auch der konos war auf so nahe haben die kontrolle über pionis körper um die sprache der menschen sprechen zu können jeder sollte sich mich bei den dorfbohren über den kürze reichen ernte schlau machen also du könntest dich auch einfach vorigen zeigen oder so ne aber okay meinetwegen ich tue noch mal leo leo ist eine schöne war mein findest du mit freestyle poké bälle brauche ich ehrlich gesagt ich habe schon vergessen jetzt zwischen den aufnahmen zu kaufen da gut ja und ich habe gerade leider keine zeit ich bin schwerer beschäftigt löcher in die luft zu starten sowie dazu er hat sich bekommen freesale du hast dich einige stratshaftig nehmen ist um näher zu gelangen die kronensteine sind bekannt für ihre karotten muss wissen jetzt gleich verwenden für ein paar krauten sagen quasi als kleines souvenir warum nicht oder ist jemand sehr enthusiastisch sind zwar nur sagen aber die sind sehr wertvoll weißt du also seinen handel daraus bahn wenn du mir acht bocken deiner erz gibt es gehören sie dir weil zu mir ich gerade schenken wo ab zocker der könig der reichen ernte glaube ich glaubt dass sie wirklich gibt man hat uns immer erzählt dass uns einen einen rohlen kommt wenn man draußen auf den feldern schabern abtreibt das königs pokémon ein großmutter hat mir früher geschichten davon zählt das waren alles uhrt bärchen wir beiden ok der bürgermeister hat ja schon gesagt er denkt da ist ein märchen ich bin ein kürz der reichen ernte erinnern aber natürlich erschließt sich das aussehen geschild von freestyle nach wenn er uns doch nur wirklich mit seinen anwiesenheit beehren würde da können wir von uns vor tourismus bestimmt gar nicht mehr retten ja warum macht er nicht nicht der könig der reichen ernte also wenn es dem weg gibt soll der mal was wegen der unfruchtbaren wohnen unternehmen was ich bei den bewohnern fließt über den könig der reichen ernte er konnte ich jetzt zeit grund aus barbricht zu erstatten da ist voll gefährlich sind voll nah und da ist ein pokal hinter da komme ich dahin überhaupt oder lieber nicht nicht jetzt hier nicht im kampf eingehen rip sei grüß menschen kind was also mit dem doch vorhin war mich gesprochen ja hollander stadt übrig haben die menschen etwas bei mich erzählt sie hat mich für eine märchenfigur und ich hatte es nicht anders erwartet sie glauben nicht einmal sehr mehr dass es mich überhaupt gibt wenn gerade 323 forces in sich einmal in einmal außen verglichen ist die erinnerung an das band das 1 zwischen uns existierte aber denke nicht dass ich meinen erinnerungen nach trauere schließlich bin ich niemand kriegen das als der könig der reichen ernte ich wäre ein nahe würde ich meine hoffnungen auf die bank mut der menschen setzen ich bin nicht auf ihren glauben angewiesen um meine macht zurückzugewinnen wenn man treu ist was erst wieder an meiner seite bald sollte ich imstande sein zumindest einen teil meiner alten stärke wieder zu gelangen ein treues ross ein stolz pokémon auf vier flinken bein dass mich auf seinen rücken trug die statue im dorf zeigt mich rittlings auf ihn lange zeit glaubierten wir gemeinsam über die berge und fänder des landes als meine stärke verschwand trennt sich unsere wege seit derzeit in ihrer aufenthaltsort ist mir ganz nicht unbekannt doch selbst wenn wir mein treues ross aufspüren fürchte ich dass es mich in diesem geschwächten zustand nicht mehr als sein reiter anerkennen wird nun wieder macht sei es geht es gut möglich dass man im dorf das ein oder andere über meinen treu ist raus zu berichten weiß ich wäre dir sehr verwunden wenn du dich beim bürgermeister diesbezüglich erkunden könnte es wird etwas zu euren kommen was mir erweitern können so dass sie mich bitte wissen der hut fliegt einfach zurück na nun was ist mit deinen überdimensionalen bären passiert sieht er ganz normal aus war tut mir echt leid ich muss ihm stehen eingeschlafen sein irgendwie fühle ich meinen ganzen körper fühlt sich mein ganzer körper zu seltsam an ich gehe lieber in unserer expeditionsbasis ruhe mich aus hier ist mir sowieso viel zu kalt der typ bürgermeister der bürgermeister ist gleich da wollte er mich aufnahmen nehmen er wollte sich im felder beim bett das bett des giganten ansehen es dringend ist sollst du am besten dort nach ihm suchen weil er beim bett des giganten liegen südostlich von freestyle hallo da ist ja gar kein schnee mehr okay ja das frostfeld und halte ich dann immer links alles klar meine damen hallo da sind es liebe ne was neues wenn man neues du komm mal her dass ich die ganze haben mir vorbeilaufen ohne ich mach irgendwann fange hallo deinen vier erfahrungspunkten und so man hat bestimmt hohe spezialverteidigung ne ja eigentlich nicht auch riesig und ehrlich da ich habe jetzt wieder pokébälle jetzt kann jetzt viel viel werfen ich nehme an dieses königs pokémon ist sozusagen dass dieses bären pokémon ist aus ich weiß gar nicht den namen von dem ich denke direkt um benannt habe das allgemein so ein problem ich kenne die meisten namen gar nicht von dem pokémon aus schwert und schild möchte alle umbenennt habe doch jetzt braucht man für ein auswärtig gutes gehör es kann sogar das cool an eines kiesels aus zwei kilometern entfernung vornehmen okay da neues gebiet pokémon ich will einen nido king haben ok ja er trifft der haut hat ging wahrscheinlich vorweg deswegen die gerade sogar sogar das hat den beider platt gemacht bringt nichts ich bin geld bringt nichts also paar wurf danke sehr geil leider geil ok cool das war noch seiner stelle erhält ein starkes gf dieses pokémon ist sehr vorsichtig und stellt seinen großen stets wachsam auf lass mich raten den schiff kriegt man weibliche version von ideo an würde ich mich jetzt hier würde ich jetzt mal so raten und dann bronzong da kann man schon prolonger haben wir auch schon soviel zu meiner theorie ja schon weibliches essen die dorina also ja dazu hat man hier noch bist du bist du bist du bist wie ich im pokémon keine ahnung und weil das war elefant hat ihrer nager glaube ich bin ja noch aus danke erstmal hier noch zur kunden ich bin geist und vier top beleber ist ja mal richtig geil bbb also ich finde ich bin jetzt wie stets sagt zwar du hast eine rätselhafte altruinen gefunden weil das nicht einer dieser orte ist an dem es sein gigant aus den legenden umtreibt fressig ihnen lesen wie das so ist aber verschlossen unter einer rätselhaften nachricht eingebaut vorher sollten das wissen ich bin noch nicht mal da scheint nach einer passenden tipp für die expedition aufregende entdeckung legendäre giganten und verschlossene tore nein war genie streich oder nachschönen expeditionszeit an dann macht dich mal ins werk und zeigt was du kannst der typ wenn ich lange in dieser welt überleben nicht kann ohne ok mehr darum kommen wir uns jetzt aber nicht erst mal schafft man auch gar nicht mehr in diesem park glaube ich hey mimik die gab es noch ein pokémon schild glaube ich ist ja ich hätte gern einen nidoran weiblich nicht nidorina ich sehe dann aber schon mal nidorino ich kann die eigentlich auch voll leicht bekommen ich habe so viele sonderbombons können wir einfach einen sonderbombon geben dann entwickeln die sich direkt das monolith jetzt nicht gedacht hat die laufen wer die fliegen so über dem boden schon für ein pokémon wenn man Zeit haben kommen irgendwas anderes haben außer nidorina die meisten nidoran da will ich doch ein anderes nidoran haben okay ein bisschen neues gebiet uralter friedhof pokémon sterben wenn sie tot sind noch mehr wenn ich einen traumfugilie finden ländern durch das lieblings pokémon du bist noch nicht mal ein echtes pikachu aber dann war es das vielleicht für diesen pfad jetzt hier nichts interessantes finde aber ich bin noch interessant nein wirst du nicht vergleich sich nur als ein sehr populäres pokémon du bist ein nichts gesterben geil naero da tüle komm her du stück alter halt die klappe aber runter geil da ist mein lieblings hochmann hier oder tüle dass wir den pokémon jeden fall ist aber wenn er näher ein amoroso irgendwo ist ist das bedeutet die das wäre die rückkehr unsere das messias die rückkehr von lord helix die aufersteckung hier muss es ein amoroso geben kommt ja hier und aktuell ist auch cool ist der boot ist der boot von lord helix keine ahnung jetzt gab es schon einige coole pokémon ihren looking stoll aus er oder tüle ruf ja 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 damit kann man den part abschließen außer ich finde jetzt noch was cooleres aber nein lassen wir mal selbst mit modernen technologie geschehen ist unmöglich ein perfektes exemplar von diesem bild und seit dem pokémon zu reproduzieren was wie bitte mit verkrankten sachen machen die gut dann würde ich sagen das war es für die folge in der deutschen lagen lassen man auf der nächsten folge schauen wir uns dann weiter ein bisschen um machen vielleicht story mich irgendwas keine ahnung ich bin mir noch nicht sicher so ikonen wurde übrigens ja nicht irgendwie auch mal wo ja noch nicht verzeichnet da was ich mich jetzt die ganze zeit fragen ist konnte ich schon fangen in diesem kampf gerade ich glaube nicht und sonst hätte ja diese psychopflanze ist okay das hätte ich diese dinge es ja nicht machen können diese es wäre diese katzen ja nicht möglich gewesen jetzt mal einfach nicht fangen konnte na gut also sage ich dankeschön für zuschauen ich hoffe ich hatte gefallen wenn der hinter dass du bitte einlad ein abo ein kommentar das würde mich sehr von dem kanal weiterhelfen dann sehen wir uns in der nächsten folge nachschöss nachschöss